Noch ist alles friedlich in Schweinau. Doch das Chaos nähert sich mit Lichtgeschwindigkeit. Er ist unendlich weit von zu Hause entfernt. Er hatte Durst, er landet in Bayern. Und er traf Xaver. Bist du vom Himmel? Das ist mein Freund. Wer dem was antwortet, der kann was erleben. Dann schlag ich zurück. Das Unvermeidliche war nicht mehr aufzuhalten. Jetzt kommt's aus der Lehm. Keine Probleme. Das ist ja gar kein Mensch. Mein Maschinen ist hin. Ist es hin? Wie? Ja, freilich ist es hin. Sonst wäre er ja nicht da, oder? Jetzt, Zaubleusel! Zeig, was du kannst! Muss unser Bubi was trinken, hä? Wie? Wie? Ich hab dich gewarnt! Ich hab dich gewarnt! Ätten ist Vogel frei! Frei! Ah! 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 Der Herrsch, der Herrsch! Die Herrsch! Der Herrsch! Die Herrsch! Red russ! Grund, Glunt! Der Läusel! Da auf der Saug! Keine Probleme! Genau! Bognus, verstehst du? Eine intergalaktische Gaudi für einheimische, außerirdische und zugreiste. Der Mensch ist ein Tier, sozusagen. Keine Probleme!